Es sind ja gerade die Ernteberichte veröffentlicht worden vom Bauernverband. Es sieht ja ziemlich schlecht aus, was Getreide betrifft, Kartoffeln, Pflanzenschutzprobleme im Wein und so weiter. Also ich kann für den Obstbau, für die Äpfel sagen, dass es gut aussieht. In Deutschland und Europa normal bis gut und bei mir ziemlich gut. Also die ersten Äpfel haben auch schon geerntet. Delba Estivale sind seit einer Woche jetzt im Verkauf und hinter mir sieht man jetzt Jona Gold. Die haben noch vier Wochen Zeit, sieht aber auch ganz ordentlich aus. Schönes Wochenende, schönen Sonntag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.